So, willkommen zum letzten Katzenspaß 2021. Das Feuerwerk steht, wie ihr seht, aber Jackie ist leider kein allzu großer Fan. Das Fenster ist natürlich auch schon bunt bemalt und behangen und bereit für das Lichterspektakel. Ich werde jetzt aber nicht ein Foto aus meinem Fenster heraus zeigen, um das zu beweisen, wie ein vollständiger Idiot es möglicherweise machen würde. Tja, was gibt's Neues? Also, ich habe ein paar schöne Bilder von Jackys Nase aus einem Winkel, in dem sie etwas knolliger aussieht, als wir das gewohnt sind. Und ich habe die Kunde, dass Jackie bei meinem Weihnachtsessen so mundraubaffin unterwegs war, wie ich ihn, glaube ich, noch nie zuvor erlebt habe. Also, er wollte mir das tatsächlich wegnehmen. Und für einmal dran lecken hat es trotz der strengsten Überwachung meinerseits gereicht. Dann mal einen guten Rutsch, liebe Samtpfotenfreunde, und auf ein flauschiges, unkatziges 2022, lasst euch nicht kratzen, und bis nächstes Jahr. Haut rein und macht's gut!